Verehrte Zuschauer, liebe Elliot Waver, willkommen zu einer weiteren Wochenanalyse, diesmal für den Nasdaq. Mein Name ist Frank Schuh von Elliot Waver Live. Beginnend im Tagesschart sehen wir erstmal die grundsätzliche Struktur hier im Nasdaq. Hier oben hat eine Welle 1 geendet auf dem Gipfel, auf dem Allzeithoch und wir befinden uns derzeit in einer Welle 2. Wenn diese Welle 2 61,8% Rücklauf machen sollte, dann werden wir letzten Endes ein Tief sehen im Bereich von 6.900 Punkten. Das muss nicht genau hier landen, das ist ziemlich weit in die Zukunft projiziert, aber das wäre jetzt nach Lehrbuch der Zielbereit. Ansonsten befinden wir uns innerhalb dieser Welle 2 natürlich in einer ABC-Bewegung, das ist die jetzt in weiß dargestellt. Und die Welle C besteht aus der bräunlichen Fünferbewegung. Und jetzt gehen wir ein wenig näher ran an das Ganze. Ich gehe mal auf den 4 Stunden Chart, damit wir ein bisschen mehr sehen können. Und hier stellt sich im Moment genau eine einzige Frage, für den Moment zumindest, unter der Voraussetzung, dass meine Zählweise stimmt natürlich. Die Welle 2 hier oben, die hier noch nicht fertig ist, die würde bei 61,8% etwas über 12.400 Punkte machen. So, die muss aber nicht 12.400 machen, bzw. 61,8% erreichen. Die kann auch hier schon zu Ende sein. Und das ist die Preisfrage. Jetzt sind wir heute an diesem Tag schon im Nasdaq um einiges wieder langsam, aber doch ständig im Kurs runtergekommen. Und hier habe ich jetzt eine Linie eingezeichnet, hier, wo die Welle 4 ihr Tief hat. Ich würde meinen, wenn wir hier durchfallen, dann erhalten wir ein erstes Indiz dafür, dass es weiter abwärts geht. Das ist dann noch nicht bestätigt, aber es gibt uns einen Hinweis darauf. Spätestens hier unten, wenn das hier durchbrochen ist, dann gehen wir von einem definitiven Abwärtstrend weiterhin aus. Wenn jetzt der Kurs aber jetzt am morgigen Handelstag wieder steigen sollte, dann würde ich hier erst mal abwarten. Man kann, aber das ist gefährlich, deswegen ist das auch keine Anlageberatung hier und ich rate nicht dazu. Man kann hier einen knappen Stopp setzen, das ist nur für erfahrene Trader geeignet und dann long gehen. Mit dem Risiko, dass man ausgestoppt wird, aber dafür ein sehr eng umrissenes Risiko. Das Chancen-Risiko-Verhältnis wäre dabei gut. Aber die Gefahr, dass er jetzt durchbringt, ist natürlich auch relativ groß. Also unter der Voraussetzung, dass hier die Welle 4 nach unten jetzt hier nicht mehr unterboten wird, bei ca. 11.500 Punkten, erwarte ich nochmals einen Anstieg bis in den Bereich 12.470. Oder auch etwas darüber oder etwas darunter. Sollte die 11.500 nach unten durchbrochen werden, dann erhalten wir erste Anzeichen für einen Rückgang. Und zwar hier in der Welle 3, ich gehe nochmal zurück in den Tageschart, bis zunächst mal in den Bereich 7.200, 7.300 Punkte, bei einem Idealverlauf in der Welle 3. Im Moment, wenn der Markt hier oben umkehrt, hier sehen Sie auch die Trendlinie, die das stützen würde, dieses Szenario. Wenn das also hier passieren würde, dann müssen Sie also jetzt langsam aufpassen hier. Im Moment ist es ganz wichtig, mal sich rauszuhalten und abzuwarten. Wenn Sie jetzt aber unbedingt schon auf fallende Kurse gehen würden, dann müssten Sie tatsächlich hier oben Ihren Stopp setzen. Entweder oberhalb dieser 2, das wäre da schon ein knapper Stopp. Oder hier oben bei der Make-or-Break-Linie, wenn die gerissen wird, dann wird die gesamte Zählweise infrage gestellt. Also unter der Voraussetzung, dass das hier jetzt gut geht, folgen fallende Kurse in der Welle 3. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über Ihre Kommentare, über Ihr Like, über Ihr Abonnement und eine Unterstützung dieses Kanals. Alle Informationen finden Sie in der Videobeschreibung. Auch wie Sie in unsere fantastische Discord-Gruppe kommen und in den Telegram-Kanal. All diese Informationen finden Sie in der Videobeschreibung. Beachten Sie dort bitte auch auf jeden Fall den Risikohinweis. Alles Liebe, bis dahin, mein Name ist Frank Schuh von Elliot Waver. Ciao, ciao.